Werder Bremen hat den nächsten Stürmer auf der Liste und da gab es zwei Berichte drüber. Die einen haben erst geschrieben gehabt, dass der gute Vipotnik, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, Zann mit Vornamen, Zann mit Vornamen, ja, ich denke mal habe ich falsch ausgesprochen, ihr kennt das Nikonamen, das ist nicht so eins. Auf jeden Fall steht Werder wohl in Verhandlungen mit dem guten Kerl. Ich stelle ihn euch gleich mal vor und zeige euch auch gleich mal die Berichte dazu bzw. den Doppelbericht, denn es gab ja auch einen Bericht, der darüber geschrieben hatte, dass Werder kurz vor einer Verpflichtung da schon stehen sollte. Da werden wir gleich drauf eingehen, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr direkt zu Beginn des Videos einmal ein Däumchen da oben da lassen würdet und dieses Bild hier ist gar nicht mehr aktuell, denn wir haben jetzt die 20.400 Abonnenten schon erreicht, könnt ihr mal unten schauen. Ihr könnt aber gerne weiter ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen und dann werde ich natürlich gleich auch noch was sagen über den Transfer, der eventuell dann doch heute kommen sollte. Ja, da werden wir gleich dann auch nochmal drüber sprechen. Jetzt aber erstmal zum Sturmjuwel-Gerücht. Can Vipotnik, so wird der glaube ich ausgesprochen. Ich weiß es nicht, also ihr wisst, Nikonamen, das ist so eine Sache. Der gute Slowene ist 21 Jahre jung, 1,85 groß und Hauptposition Mittelstürmer. Hat einen Marktwert von 2 Millionen und noch einen Vertrag bis 2024 und spielt beim NK Maribor in der slowenischen 1. Liga. Hat er von 36 Müncheneinsätzen 30 Einsätze gehabt, 20 Tore, eine Vorlage gemacht. Also 21 Scorer in 30 Partien und unter anderem sind interessiert, und jetzt seht ihr hier die Liste, ganz schön lang. Köln, Stuttgart, Freiburg, Hamburg, Gladbach, Hertha, Augsburg, Hoffenheim, Celtic, Glasgow und Werder werden hier mit dazu gezählt als Interessenten. Aber es kam auch ein Artikel raus und zwar dieser hier, werde ich euch unten mal verlinken. Ich hoffe, dass das klappt. Wir haben nämlich schon mal einen Artikel von sport.de verlinkt und dann war irgendwie alles durchgestrichen. Also sollte das wieder durchgestrichen sein, ist es nicht meine Schuld, dann kann man irgendwie diesen Artikel nicht verlinken, warum auch immer. Aber ihr könnt ihn ja gerne eingeben, ihr findet den relativ schnell. Also ihr müsst eigentlich nur nach Vipotnik schauen und dann geht ihr auf News und dann findet ihr diesen relativ schnell. Hier habt ihr auch vor sechs Tagen und dann müsst ihr nach dem aktuellsten Artikel gucken. Und da kommt auf jeden Fall der hier, 20. Juni, 10.12 Uhr, also heute Morgen rausgekommen. Und da wird unter anderem berichtet, dass Frankfurt und Werder weit mit dem guten Kerl sind, beziehungsweise in Verhandlungen sind. Und jetzt möchte ich euch gerne mal eine Sache zitieren. Gerüchte, dass Werder kurz vor einer Verpflichtung von Vipotniks stehe und satte 6 Millionen nach Maribor überwiesen wolle, entsprechen demnach aber nicht den Tatsachen. Genauso wenig wie die Berichte aus Frankreich, wonach ein Wechsel zum FC Metz bereits beschlossene Sache sei. Es gäbe zwar Verhandlungen zwischen den Klubs, heißt es, von einer Einigung könnte derzeit aber noch keine Rede sein. Jetzt ist natürlich die Frage, zwischen wem herrschen denn überhaupt aktuell gerade Verhandlungen? Das könnte jetzt sein zwischen dem FC Metz, Frankfurt, Werder und dem Spieler und dem Verein. Also ja, da ist natürlich ganz viel wilde Spekulation drin. Aber was ist er eigentlich für ein Spieler? Darauf beziehen wir uns natürlich. Das Gerücht haben wir ja einmal jetzt präsentiert und jetzt kümmern wir uns mal um den Spieler. Was heißt das überhaupt für Werder oder beziehungsweise in welcher Kategorie können wir den Spieler einstufen und wie würde er uns weiterhelfen etc. Wir reden mal ein bisschen über den guten Kerl, den ich nicht aussprechen kann. Spielt für die slowenische Nationalmannschaft, hat dort vier Einsätze, ein Tor gemacht, ist ja auch noch sehr, sehr jung. Ist jetzt 21 Jahre alt geworden im März, muss man auch nochmal ganz klar sagen. Das ist natürlich immer so eine Sache, gerade bei Ablöse. Wenn man da jetzt sagt, okay, geschätzter Markt wird zwei Millionen, heißt es natürlich nicht, dass er für zwei Millionen zu haben ist, weil du zahlst bei so Spielern gerne auch mal für das Potenzial. Das heißt, es kann durchaus sein, dass diese genannten fünf, sechs Millionen auch im Raum stehen würden. Wenn es marktwertgerecht ist, dann zahlst du vielleicht wirklich am Ende mit Glück zweieinhalb, drei Millionen. Das wäre natürlich ein sehr guter Preis für diese Kategorie Spieler. Denn er hat jetzt gerade seine aktuell beste Saison gespielt und da muss man auch sagen, ja gut, er ist vielleicht One-Hit-Wonder oder so weiter. Nein, er hat einfach seine Entwicklung stetig vorangenommen, wird auch so beschrieben, dass er jetzt wirklich nochmal einen riesen Step gemacht hat. Hat, wie gesagt, in der Liga in 30 Spielen 20 Mal getroffen und eine Vorlage auch noch mit dazu beigesteuert. Ist ein Spieler, den du wirklich vorne auch in die Box tust, also Kategorie Mittelstürmer. Hat unter anderem in dieser Saison ein Champions-League-Quali-Spiel gemacht, zwei Europa-League-Quali-Spiele und zwei Conference-League-Quali-Spiele. Irgendwie, nee, ein Champions-League-Quali-Spiel, so hat er absolviert. Die Interessentenliste ist extrem lang, weil sein Name wohl sehr vielversprechend ist. Also man sagt ihm wohl eine große Zukunft nach. Ob das sich bewahrt wird, das werden die Jahre zeigen. Tendenziell finde ich diese Kategorie schon spannend, weil er hat einen Wiederverkaufswert, er ist überschaubar von der Ablöse her, hat seine Treffsicherheit in der letzten Saison bewiesen. Aber, das muss man halt auch sagen, wenn wir wirklich an ihm dran sind und Stürmergerüchte rund um Werder kommen ja die ganze Zeit, also ich weiß, wie weit euch das auffällt, aber Stürmergerüchte, gefühlt jede Woche, kommt mindestens ein Stürmergerücht. Ist für mich weiter ein Indiz dafür, dass uns mindestens ein Stürmer auch noch verlässt, denn nur dann macht das Sinn. Sonst kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wir haben ja einen Gima als Rückkehrer, rein theoretisch Woltenmann, auch wenn er eher Hängnisspitze ist. Dann aber Kovnatski, aktuell auch noch Dursch und Bürg. Das sind fünf Stürmer und aktuell ist sogar Dinschi auch noch im Kader, auch wenn der verliehen werden soll. Aber das macht gerade eher jetzt nicht ganz so viel Sinn. Es sei denn, man stellt natürlich auf eine andere Formation rum, spielt vielleicht Flügel, dann könnte man auch ausweichen. Aber gerade im Thema Völko, wo erst gestern darüber berichtet worden ist, dass bei Bayern dieser Name auch wieder auf dem Schirm ist und dass der intern sogar diskutiert wird, kann ich mir wieder sehr gut vorstellen, dass das so eine Reaktion auch darauf ist, dass man weiterhin davon ausgeht, dass Völko den Verein eventuell verlässt und eben da natürlich auch Optionen im Hintergrund aufbauen muss beziehungsweise auch Namen haben muss, Hupala, die eventuell dann dort reinpassen würden. Ist, warte mal, wie Popnik, Popnik, ich versuche es gar nicht mehr, Zann, ist er wirklich ein Ersatz für einen Völkug? Das ist für mich persönlich ein Stück weit zu wenig. Slowenische Liga als Ersatz für Völkug ist schon ein großer Schritt, würde ich schon auch so behaupten. Dennoch ist es auch ein Spieler, der total überraschen kann, das muss man halt auch sagen. Wie gesagt, er ist halt 21 Jahre jung, wenn der dann aber einschlägt, ist das ein Riesenthema. Ich glaube allerdings wirklich, wenn ich mal so eine Einschätzung dazu geben dürfte, sage ich mal, kann ich mir deutlich eher vorstellen, wenn ein Spieler wie Völkug geht oder Dux zum Beispiel, dass man eher nach einem gestandenen Spieler suchen wird und dann als jungen Spieler so Leute wie ein Gima halt dahinter aufbauen wird. Aber da erstmal jemanden holt, der auch Tore garantiert. Hier hast du ja wirklich einen jungen Spieler, den du auch aufbauen musst noch, der dann die nächsten Schritte vielleicht noch macht. Ist aber halt nicht direkt gesagt, dass das Ganze von Anfang an funktioniert. Deswegen als Völkug-Ersatz vielleicht ein Stück weit zu wenig. Find das Profil aber als solches sehr interessant. Da könnt ihr eure Meinung ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt zu dem Transfer, der ja für heute so Internet-Quellenmäßig und auch Insider-Quellenmäßig ein bisschen angekündigt wird. Alles läuft gerade heiß. Also in sämtlichen Internetforen, im Worum ja auch, kriege ich auch immer wieder gerade Sachen geschickt. Auch auf verschiedenen Internetplattformen, auch viel über Instagram gerade geschickt. Und wie gesagt, mir wurde ja selber auch von zwei Leuten, denen ich grundsätzlich vertraue, gesagt, dass heute wohl ein Transfer stattfinden wird. Aber es heißt natürlich nicht, dass es zu 100% so sein wird. Wir hoffen das, glaube ich, alle. Wir sind alle so gerade angespannt, nervös. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe ja auch diese Transferzeit, dieses Mitfiebern, dieses, oh, wer könnte es sein und so weiter. Finde ich sehr, sehr geil. Meine Prognose ist tatsächlich, dass es eventuell grillig sein könnte. Aber ich sage halt auch ganz offen und ehrlich, Freunde, ich kann es euch ja nicht zu 100% sagen. Ich gebe euch auch die Informationen weiter und sage immer meine Meinung mit dabei. Aber ich kann es natürlich nicht zu 100% sagen, dass es so sein wird. Ja, ich kann einfach nur auch mit euch zusammen hoffen. Ich glaube, das werden wir eh alle gerade. Mir persönlich, wie gesagt, macht diese Transferzeit auch sehr, sehr viel Spaß. Ich mag auch diesen Austausch mit euch total gerne. Finde es auch geil, wie ihr auch unten mitfiebert. 95 bis 98% aller Kommentare sind super geil, mitfiebernd. Namen werden reingeschrieben, mega cool. Es gibt natürlich immer ein, zwei Prozent, die ein bisschen rumstenken kann, die am liebsten nur fixe Sachen hören wollen. Was, wo ich auch sage, ist ja gar kein Problem. Gibt es ja. Also ich habe ja fixe, wenn ich einen Transfer fix mache, steht immer drüber. ImTAM nicht Transfer News, News für Neuigkeit, sondern Transfer fix. Dann schaut halt nur diese Videos. Sonst geht es halt auch viel um Gerüchte, um Namen, um Vorschläge. Wobei Vorschläge auch, klar, markiert sind mit einer für Werder und vier für die Raute. So. Aber ja, dann praktisch gibt es halt, wie gesagt, auch die ein, zwei, drei Leute, die dann sagen, ja, mach am besten dazu gar keine Videos zu den Gerüchten und so weiter, sondern nur zu fixen Sachen und so. Da sage ich einfach, dann schaut es euch doch nicht an. Ist doch nicht so schlimm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das wollte ich euch einfach nochmal auf den Weg geben. Und auch, dass wir gerade unter Werder-Fans, grün-weißen Fans, da uns nicht irgendwie gegenseitig irgendwie doof anmachen sollten, sondern lieber zusammen fiebern, zusammen sich freuen, zusammen auch enttäuscht mal sein. Aber eben grün-weiß hält zusammen so. Und ich glaube, das sind gute Schlussworte. Jetzt gerne ein Däumchen da oben, Abo da lassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe weiterhin sehr, dass ich euch später berichten kann, dass ein neuer Spieler bei Werder ist. Also, haut rein, euer Nico und ciao.